Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Gestern das Video war Mist. Das war einfach scheiße. Tut mir leid für das gestrige Video, heute wird es dann wieder besser werden. Versprochen, heute wieder 900%, wieso 900%? Heute wieder 100%, 9400 JFM. Erstmal ein Update vom Classic Server, dort spiele ich jetzt in der Oberliga. Sieht eigentlich ganz gut aus. Das heutige Spiel war wieder komplett unnötig, aber der Gegner hatte auch Cristiano Ronaldo auf dem Feld stehen. Deswegen habe ich heute vermutlich 3 zu 2 verloren, weil der Cristiano dann mit einem Dreierpack meinen Verein vernichtend geschlagen hat. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass Cristiano Ronaldo jemals in der Oberliga spielen würde, aber unser Gegner hieß heute halt FC Nürnberg CR und bei CR muss ich unweigerlich an Cristiano Ronaldo denken. Fehlt natürlich noch die 7 dahinter, aber okay, Ronaldos Klage ist schon raus. Die 7 darf man natürlich nicht vergessen. Wie sieht es hier aus? Eigentlich ganz witzig. Die Lausitzer Wölfe sind auch hier in meiner Liga. Die sind ja auch am DE2 in meiner Liga. Die stalken mich wirklich überall. Also die Lausitzer Wölfe jetzt auf beiden Servern. Hier einer meiner schärfsten Konkurrenten. Und ihr hört es schon, ich bin wieder mal krank. Meine Stimme geht jetzt schon weg. Und das ist das komplette Video fürs Wochenende. Ich hoffe, meine Stimme hält durch, denn ich bin am Wochenende nicht da und nehme jetzt schon das Video fürs Wochenende auf. So, ich zeige euch jetzt mal meine YouTube-Statistiken. Und zwar, wir gehen dazu nochmal einen Schritt zurück. Ich wollte das einfach nochmal zeigen. Geschlecht, Aufrufe, 0% weibliche Zuschauer. Ich bin aber schon an diesem Problem am Arbeiten. Ich habe schon eine Lösung aufgestellt. Also erstmal das Problem. Frauen schauen meine Videos nicht. Lösung, alle Frauen umbringen. Natürlich gibt es dabei auch ein paar Schwierigkeiten. Erstmal, es wäre sehr viel Aufwand, wirklich jede Frau umzubringen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, die Lösung würde das Problem nicht beheben. Dennoch, das Fazit zusammengefasst, bestimmt eine gute Idee, alle Frauen umzubringen. Denn dann wären wir die wenigstens los und sie würden uns nicht weiterhin nerven. Also jeder, der die Idee gut findet, kann ja mal, machen wir weiter im Text. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem heutigen Team-Check an. Heute gibt es natürlich auch einen Team-Check. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, denn um 19 Uhr möchte ich einen Spieler erwerben hier am DE2. Aber trotzdem soll der Team-Check natürlich komplett ausführlich heute beantwortet werden. Also ich mache mir jetzt keinen Zeitdruck. Nur vielleicht muss ich das Video kurz unterbrechen. Je nachdem, wie lange der Team-Check heute dauern wird. So, wir kommen zum Team-Check von Alpha SV. Robin Stowe, was gleich mal positiv auffällt, ist, dass er mich in seiner Freundesliste hat. Grüße gehen raus. Ihr findet heute auch das erste Mal den Link vom untersuchten Verein in der Videobeschreibung. Also ihr könnt mal schauen, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Verein, von dem heute der Team-Check kommt. Also den Link zu Alpha SV. Wieso habe ich das so unnötig kompliziert erklärt? Wir kommen mal zu seinen Transfers. Was bei ihm wichtig zu wissen ist, sein Verein wurde erst in der Saison 60 gegründet. Und wir müssen noch ein paar Spieltage abziehen. Erst Ende der Saison 60, Mitte Ende der Saison 60 wurde sein Verein gegründet. Also die Saison 60, da hatte er nicht viel von. Wir sehen das hier am 25. Spieltag der Saison 60 ging es erst los. Und dort wurden auch schon die ersten Spieler eingekauft. Also sein Verein wurde scheinbar vor 19 Uhr gegründet in der Saison 60 am 25. Spieltag. So. Ich würde sagen, ich sage nicht andauernd so. Und wir schauen uns mal seine Verkäufe an. Das ist eigentlich das Interessanteste. Natürlich kann ich jetzt auch was zu den Einkäufen sagen. Das waren quasi seine ersten UFM Tage. Und was uns da natürlich auffällt, wir haben schon einige Team-Checks gemacht. Die Spieler waren einfach viel zu billig. Selbst am ersten Spieltag, wo man quasi UFM spielt, sollte man schon ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, als er das jetzt hier getan hat. Da ist der 18-3er einfach zu billig gewesen. Da hätte auch ein 18-4er kommen können. Der 19-4er ist eigentlich ein Jahr zu alt. Genau wie der 21-6er. Der ist auch ein Jahr zu alt. Und der RS taugt schon mal überhaupt nichts. Da sollte man vielleicht ein 20-6er kaufen, ein 19-6er oder halt den 18-5er kaufen. Gut, das sind typische Anfängerfehler. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, wie er diese Spieler gefördert hat. Das ist ziemlich interessant. Was ich bei ihm auch interessant finde, er handelt tatsächlich mit Autos. Ja, der war jetzt nicht so tolle. Ich würde sagen, wir machen wir weiter. Und gehen jetzt erstmal auf seine Verkäufe ein. Hier haben wir einen dieser typischen Spieler, die er damals zu günstig gekauft hat. Beziehungsweise man kann ja keine Spieler zu günstig kaufen. Es waren vielmehr zu günstige Spieler, die er da gekauft hat. Also dieser Spieler war zu schwach im Einkauf. Trotzdem hat er hier natürlich noch Geld verdient. Der kam als 19-3er in seinen Verein. Und wir werden uns jetzt mal diesen Spieler komplett anschauen, etwas genauer. Der kam also als 19-3er am sechsten Spieltag für 40.000 Euro. Wir wissen jetzt schon, das war also kein optimaler Einkauf. Und er wechselte für 500.000 Euro sehr erfolgreich den Verein nach Berlin-Grünau. Also im Verkauf dann trotzdem erfolgreich. Trotzdem, wir wissen es alle, da wäre natürlich mehr drin gewesen. Wenn er hier beispielsweise einen 19-4er gekauft hätte, dann wäre da auch mehr drin gewesen. Oder halt den 18-3er. Dann hätte er ihn auf einen 21-7er bekommen. Und da wäre einfach mehr Kohle drin gewesen. So, wir sehen hier übrigens noch etwas. Das ist kein Easter Egg, was ich jetzt hier hochkompliziert eingebaut habe. Wir sehen schon den nächsten Verein, der bald einen Team-Check bekommt. Also da war witzigerweise hier eine Transaktion. Sogar zwei Transaktionen zwischen diesen beiden Vereinen. Also der FC Immerblau wird bald von mir untersucht werden. Grüße gehen schon mal raus. Also du kannst dich freuen. Bald gibt es dann auch deinen Team-Check. Ich glaube, das soll auch vom DE2 sein. Also bald gibt es dann den Team-Check von deinem Verein. Du bist witzigerweise schon im heutigen Video vertreten. Weil es wie gesagt zwei Transfers von diesen beiden Vereinen hier gab. Jetzt aber weiter im Text. Wir schauen uns natürlich auch den nächsten Transfer hier an. Der kam als 20-3er. Also ein noch schwächerer Einkauf. Wir wissen, eigentlich sollte man dann da einen 18-3er kaufen. Und wechselte aber sehr erfolgreich für 330.000 Euro den Verein. Wir wissen aber auch schon, wenn er da beispielsweise ein 21-7er rausbekommen hätte, dann hätte er hier viel mehr Geld verdienen können. Also so die typischen Anfängerfehler zu defensiv im Einkaufverhalten. Ziemlich gut verbessert die Spieler und gut verkauft die Spieler. Alles läuft eigentlich ganz gut, aber es wurde einfach zu wenig Geld investiert, um die großen Gewinne zu erzielen. Natürlich, wir behalten uns immer noch im Hinterkopf. Saison 61 war im Prinzip seine erste richtige Saison. In Saison 60 hatte er ja nur ein paar Tage. Das müssen wir natürlich auch bedenken bei den Einkäufen. Also er hatte jetzt auch nicht ultra viel Geld zur Verfügung. Trotzdem hat er etwas zu wenig Geld investiert. Man sollte im Prinzip alles Geld in die Hand nehmen, was man hat für die Transfers, für die ersten Transfers, plus natürlich noch den Kreditrahmen. Also alles Geld am Anfang in die Spieler stecken, was man hat. Das ist quasi das Wichtigste am Anfang. Aber es ist ja auch verständlich, dass er das am Anfang nicht gemacht hat. Das merkt man dann erst mit der Zeit. Dann sehen wir hier noch einen verkauften LS und einen verkauften Libero. Ich würde sagen, wir schauen uns noch den linken Stürmer an. Faisal Harun al-Zaihat. Er kam für 10.000 Euro als 21.6er. Hier wäre beispielsweise auch ein 20.6er möglich gewesen. Wechselte aber auch sehr erfolgreich dann hier als 25.8er den Verein für 240.000 Euro. Also wir fassen nochmal komplett zusammen. Alle Transfers, die wir bis jetzt gesehen haben, hatten den Fehler, dass hierzu schwache Spieler damals eingekauft wurden. Wurden aber einigermaßen gut gefördert. Genauso sollte man am Anfang auch fördern. Einigermaßen gut. Am Anfang sollte man noch nicht komplett die Trainingslager nutzen und Turniere nutzen. Also das ist schon wirklich hier von der Förderung her für den Anfang wirklich gut gelaufen. Wenn ich nämlich sage, die Spieler wurden einigermaßen gut gefördert, dann meine ich damit keine Trainingslager, keine Turniere. Und dafür haben sie sich ordentlich verbessert. Und so sollte man das am Anfang auch machen. Also im Prinzip der einzige Fehler, den ich jetzt hier finden kann, ist, die Spieler wurden zu günstig eingekauft, als wurden zu schwache Spieler eingekauft. Ich finde, das klingt immer bescheuert, wenn ich sage, die Spieler wurden zu günstig eingekauft. Ihr wisst aber ganz genau, was ich meine, denn ihr habt ja auch meine anderen Teamchecks gesehen. Also die eingekauften Spieler waren einfach zu schwach. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch zwei dieser Spieler hier jetzt vor und danach gehen wir erstmal auf seinen Kader drauf. Wir haben hier einen 23-7er im Verkauf gehabt. Der kam als 24-4er. Wir wissen schon, genau das gleiche Problem. Wieder ganz gut gefördert wurden im Endeffekt. Aber einfach nicht genug. Und dann haben wir noch Leon Hochmuth. Ja, was ein Name. Shalalulu. Ich glaube nicht, dass man den so schreibt, aber cool. Den schreibt man doch nicht so. Das kann mir doch hier keiner erzählen. Das ist doch falsch geschrieben, oder? Ich habe ein Trikot von dem. Ich soll es eigentlich wissen. Oder ist das richtig? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das stimmt oder nicht. Der kam für 2 Euro als 18-3er. Wie gesagt, da wäre sicherlich auch ein 18-4er möglich gewesen. Speziell, weil das ein 18-3er war, der sich quasi aufgewertet hatte. Also der kam nicht mit Stärke 3 aus der Jugend, was ihn nochmal schwächer macht. Und wechselte dann aber sehr erfolgreich als 22-7er nach Hakan. Falsch geschrieben. Shalalulu. Für 553.000 Euro. Also das war im Endeffekt trotzdem recht erfolgreich, wie alle seine Transfers. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf seinen Kader drauf. Was sehen wir hier? Wir sehen hier ordentliche Spieler. Er hat die Feder aus der Vergangenheit größtenteils abgelegt. Oder zumindest hat sie nicht mehr ganz so schwach gekauft. Und das gefällt uns natürlich sehr gut. Wir wollen Vereine sehen, die sich verbessern. Denn diese Vereine sind die besten Vereine, die es gibt. Vereine, die ganz gut anfangen. Aber sich nicht verbessern. Bleiben ganz gut. Er hat auch eher so mittelmäßig angefangen. Ist sich aber am Verbessern. Wird also bald ein guter Verein sein. Dann ein sehr guter. Und irgendwann wird er hervorragend sein. Und genauso sollte das auch aussehen. Wir gehen mal auf ein paar dieser Spieler drauf. Der kam als 18-3er. Immer noch zu günstig der Spieler gewesen. Immer noch ein zu schwacher Spieler gewesen. Wieso sage ich immer zu günstig? Das ist einfach unlogisch. Das kann mir doch keiner erzählen, dass ich das jedes Mal so doof formuliere. Also immer noch ein zu schwacher Spieler im Einkauf. Aber zumindest ein 18-3er und kein 20-3er oder 19-3er oder irgend so ein Käse. Und deswegen mittlerweile wirklich ein ordentlicher Spieler. Also Alpha SV. Kauf lieber dann ein 18-4er. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Denn das war hier schon ganz in Ordnung. Ein 18-3er zu kaufen. Natürlich vom Preis her auch wirklich gut. Aber das Ganze wird auch dadurch erklärt, dass er halt als 17-1er aus der Jugend kam. Also das war jetzt kein sehr guter 18-3er. Der da vom FC immer blau kommt. Den wir ja bald auch kennenlernen werden. Werden. Der hier kam auch als 18-3er. Aber bei RMD und LMD sollte man tatsächlich auch am Anfang eher die 18-3er kaufen. Ansonsten wird es zu teuer. Also ich würde mal sagen, das war ein perfekter Einkauf. War jetzt nicht der günstigste Spieler. Aber auch nicht der teuerste. Also das war ein ziemlich guter Einkauf. Da kann man eigentlich nicht viel meckern. So, jetzt nochmal zusammengefasst. Warum fand ich hier den 18-3er zu schwach? Hier den 18-3er aber genau richtig. Rechte und linke Mann-Decker sind am DE2 so teuer, dass man da am Anfang vor allen Dingen noch auf die 18-3er zurückgreifen muss. Bei Außenverteidigern kann man aber auch schon die 18-4er kaufen. Dann haben wir hier Dante, Kirolo. Der kam als 19-5er. Hat dann gleich am 9. Spieltag die Aufwertung auf Stärke 6 geschafft. Ich würde mal sagen, das war ein Top-Einkauf. Wir sehen also schon, er ist sich immer weiter am Verbessern, was seine Einkäufe angeht. Auf der linken Mann-Decker-Position kam auch ein 18-3er. Und wir haben ja schon kennengelernt heute. Dort sind die Innenverteidiger 18-Jähriger Stärke 3 wirklich in Ordnung. Weil sie halt sonst so teuer wären. Wir kommen mal zum linken Mittelfeldspieler. Der kam als 18-3er. Das ist zu schwach. Also hier hat er auch noch etwas zu defensiv eingekauft. Linke und rechte Mittelfeldspieler bekommt man auch etwas besser. Beispielsweise 18-4er. Wir sehen auch schon der gleiche Fehler hier bei dem rechten Mittelfeldspieler. 18-3er ist aber schon viel besser als die 20-3er und die 21-5er oder was wir da alles gesehen haben. Also das ist schon viel besser hier mit den 18-3ern. Aber wie gesagt, er hätte hier bei den beiden Außenspielern rechtes Mittelfeld und linkes Mittelfeld ruhig dann auch die 18-4er kaufen können. Ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Und schon hat man dort wirklich deutlich bessere Spieler, die man auch leichter verbessern kann. Und dann am Ende auch mehr Geld mit diesen Spielern verdienen kann. Im zentralen Mittelfeldspieler sehen wir jetzt hier einen Spieler, der nicht ganz in das Team reinpasst. Ist aber am Anfang, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Also der ist jetzt einfach ein Jahr älter. Das stört niemanden. Und wir schauen uns den mal an. Ivan Barbares. Der kam als 19-4er. Ja, hätte man vielleicht auch die 19-5er kaufen können. Ist aber ganz okay. Auch die zentrale Mittelfeldsposition ist am DE2 noch relativ teuer, gerade bei diesen niedrigen Stärken. Also auch ganz gut dieser Transfer. Hier kommen wir noch zu den weißen beiden Außenstürmern. Der kam als 18-5er. Das gefällt mir ziemlich gut. Und der hier kam als 18-4er. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Also hier war dann der LS dann doch ein bisschen besser. Auch wenn er natürlich nicht als 5er aus der Jugend kam. Trotzdem ein bisschen besser der Transfer als dieser Transfer hier. Und das war es eigentlich auch schon so weit. Wir müssen ja jetzt nicht jeden Spieler hier anschauen. Wobei wir haben es ja schon fast gemacht. Dann können wir im Prinzip uns auch noch die letzten beiden Spieler anschauen. Es müsste ja eigentlich nur noch der Libero und der TW fehlen. Also der Libero kam als 18-5er. Der kam auch als 18-5er aus der Jugend. Das ist ein Top-Transfer. Genauso sollte man es machen. Und der TW. Der kam auch als 18-5er vom FC Immerblau. Und ja, das war im Prinzip auch ein perfekter Transfer. So, kommen wir zum Fazit und zum Ende dieses Videos. Eigentlich läuft beim Alpha SV alles ziemlich gut. Er sollte nur noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen bei seinen Einkäufen. Etwas bessere Spieler kaufen. Und er begeht einen ziemlich großen Fehler, was seine Freundschaftsspiele betrifft. Wir schauen uns jetzt mal so ziemlich die schlechteste Zweikampfbilanz an, die mir in der letzten Zeit untergekommen ist. Rosalio Day hat in den Freundschaftsspielen eine Zweikampfbilanz von 4 zu 85. Das bedeutet, er hat minus 81 Erfahrungspunkte in den Freundschaftsspielen bekommen durch Zweikämpfe. Wir schauen auch mal noch auf diesen RS hier. Der hat minus 103 Erfahrungspunkte in den Freundschaftsspielen durch die Zweikämpfe bekommen. Denn jeder verlorene Zweikampf gibt minus ein EP. Und das ist natürlich ein ziemlich großer Fehler. Und das muss er unbedingt noch beheben. Wie kann man das beheben? Man spielt ein 5-4-1 und stellt die beiden Außenstürme auf andere Positionen. Beispielsweise auf die Position des defensiven Mittelfeldspielers und die Position des Rechtsverteidigers. Ist ja ganz egal. Und stellt einen schwachen Spieler, den man nicht mehr braucht, in den Sturm. Also beispielsweise diesen Spieler hier auf die Mittelstürmerposition. Dann kannst du die gleichen Freundschaftsspiele machen wie aktuell. Und deine Stürmer verlieren nicht mehr so viele Zweikämpfe und verbessern sich endlich nochmal. Weil aktuell stagnieren diese sicherlich. Der hat immer noch Stärke 6. Der könnte bestimmt auch schon Stärke 7 haben. Stagnieren die aufgrund der schlechten Zweikampfbilanz in den Freundschaftsspielen. Also das musst du unbedingt noch beheben, damit deine Stürmer sich schneller und besser verbessern können. So, ich hoffe euch hat das heutige Video gefallen. Ich versuche natürlich am Sonntag ein Video aufzunehmen. Wenn, dann wird es aber abends kommen. Und ansonsten sehen wir uns Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe bei euch ist es nicht zu kalt. Und ich wollte euch noch eine Sache sagen. Ich gehe jetzt neulich so durch die Gegend und schaue so auf unser Thermometer. Und da frage ich mich, wieso sieht eigentlich minus 4 Grad so aus, als säße jemand auf dem Klo. So, diese Frage könnt ihr mir noch in den Kommentaren beantworten. Und spätestens Montag bin ich dann wieder da mit einem Teamcheck. Also ein schönes Wochenende euch. Und bis spätestens Montag. Dann bin ich wieder da. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Also Leute, haut rein.